Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was hat man im frühen und Hochmittelalter zur sprachlichen Bedeutung zu sagen gehabt. Ich möchte vorneweg sagen, dass ich in diesem Podcast den DenkerInnen, über die ich spreche, keinesfalls gerecht werden kann. Sie haben samt und sonders sehr umfangreiche Philosophien vertreten und ich kann Ihnen hier nur ein paar semantische Brocken hinwerfen, ein paar Schlaglichter auf ein paar ausgewählte Aspekte werfen und Sie ermutigen, selbst nachzulesen, am besten natürlich bei den OriginalautorInnen. Diese Folge ergänzt eine andere, in der ich die Frage behandle, was man in der Antike zur Bedeutung zu sagen gehabt hat. Dort fasse ich die Ansichten von Platon, Aristoteles und den Stoikern zusammen. Jetzt wenden wir uns Augustinus von Hippo zu, auch Aurelius Augustinus oder bloß Augustinus genannt. Er hat am Übergang vom 4. zum 5. Jahrhundert nach der Zeitenwende, also an der Wende von der Antike zum Frühmittelalter in Nordafrika, im heutigen Algerien gelebt. Er gilt als einer der Kirchenväter der römisch-katholischen Kirche. Das bedeutet, dass er maßgeblich zur christlichen Lehre beigetragen hat. Philosophisch war er von den Stoikern, den Skeptikern und den Neuplatonikern beeinflusst. Ich beginne mit einem Zitat. Ein Zeichen ist nämlich eine Sache, die außer ihrer sinnenfälligen Erscheinung aus ihrer Natur heraus noch einen anderen Gedanken nahelegt. Sehen wir zum Beispiel eine Spur, so denken wir uns, es sei das Tier vorübergegangen, dessen Spur es ist. Oder sehen wir Rauch, so erkennen wir, dass auch Feuer in der Nähe ist. Hören wir die Stimme eines Tieres, so können wir daraus auch einen Schluss auf seine Gemütsstimmung ziehen. An dem Ton der Kriegstrompete erkennen die Soldaten, ob sie vorrücken oder sich zurückziehen oder eine andere zur Schlacht gehörige Bewegung vollführen sollen. Zitat Ende Aus diesem Zitat geht einiges hervor, was Augustinus wichtig für die Geschichte der Semantik und der Semiotik gemacht hat. Erstens vertritt Augustinus hier eine echte Zeichentheorie. Er spricht nicht etwa davon, dass etwas irgendetwas bezeichnet, etwas für etwas steht oder ähnliches, sondern er ist schon eine Abstraktionsstufe weiter und hat erkannt, dass etwas, damit es überhaupt etwas bedeuten kann, ein Zeichen sein muss. Er beginnt seine Erörterung über Bedeutung vor dem Hintergrund des Zeichenbegriffs mit den Worten, ein Zeichen ist nämlich. Zweitens hat Augustinus gesehen, dass etwas nicht von Natur aus ein Zeichen ist, sondern erst von jemandem als Zeichen behandelt werden muss. Er sagt ja, dass ein Zeichen eine Sache ist, die außer ihrer sinnenfälligen Erscheinung aus ihrer Natur heraus noch einen anderen Gedanken nahelegt. Etwas fungiert also als Zeichen, wenn es in seiner natürlichen Gestalt wahrgenommen wird, aber dann einen Gedanken an etwas anderes hervorruft. Bedingung dafür ist jemand oder etwas, der oder das Gedanken haben kann. Drittens kennt Augustinus schon zwei verschiedene Typen von Zeichen, die später bei Charles Sanders Peirce um 1900 wieder auftauchen und mit denen auch heute noch operiert wird. Die Spuren, die auf den Weg eines Tieres, der Rauch, der auf Feuer, die Tierstimme, die auf eine Gemütsverfassung verweist, das alles sind natürliche Anzeichen, von Peirce auch Indexe genannt. Dagegen steht die Kriegstrompete, die in keinem natürlichen Verhältnis zu dem steht, was die Soldaten auf sie hin tun sollen, sondern in einem willkürlichen, das nur durch Konvention, durch Festlegung funktioniert. Diese Zeichentypen heißen später bei Peirce Symbole. Und zu den Symbolen, das hat Augustinus erkannt, gehören auch die Wörter einer Sprache. Die Gestalt der Lautkette der Gottesstaat steht wie die Signale der Kriegstrompete in keinerlei natürlicher Beziehung zu dem Gedankeninhalt, die sie hervorruft. Lebewesen, so Augustinus, tauschen wechselseitig konventionelle Zeichen aus, um einander Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken zu zeigen. Augustinus hat auch explizit die Elemente benannt, die bei sprachlichen Bedeutungen involviert sind. Da ist erstens das Wort Selbst, Verbum, zweitens das Dicibile oder Dicibile, wörtlich das Sagbare. Damit meint Augustinus das, was durch das Wort im Geist behalten wird. Im Anschluss an das längere Zitat am Anfang können wir auch sagen, den Gedanken, den das Wort nahelegt. Das Dicibile ist die lateinische Entsprechung des Semainomenon bei den griechischen Stoikern. Die meinten damit ebenfalls das Sagbare, die Aussage, aber die Stoiker haben das als objektive und nicht materielle Einheit verstanden. Wenn Augustinus das Dicibile von den Stoikern übernommen haben sollte, dann hat er sie wohl falsch verstanden, denn bei ihm ist das Dicibile als der Gedanke, den ein Wort hervorruft, durchaus materiell, nämlich mental oder kognitiv. Drittens nennt Augustinus Dictio. Damit nennt er die Verbindung der ersten beiden, nämlich von Lautkette und Gedanken. Und viertens nennt er das Ding im weitesten Sinne, das durch das Wort bezeichnet wird, res, ob es nun etwas Existierendes, etwas Vorgestelltes oder etwas Unvorstellbares ist. Also nochmal zusammengefasst. Das Wort im Sinne von Lautkette, beispielsweise Hippo, Dicibile, der Gedanke an die Stadt Hippo, den der Ausdruck Hippo evoziert, Dictio, die Verbindung aus Hippo und dem Gedanken an die Stadt, die Hippo heißt, und das Ding, was mit Hippo bezeichnet wird, die wirkliche Stadt Hippo. In einem späteren Werk, Augustinus hat ein ziemlich großes Gesamtwerk hinterlassen, hat er noch einen anderen einflussreichen Gedanken entwickelt, nämlich den der mentalen Wörter. Schon Aristoteles hatte ja das Denken als lautloses Sprechen der Seele mit sich selbst behandelt. Augustinus radikalisiert diesen Gedanken. Er meint, es gebe mentale Wörter, mit anderen Worten eine Sprache der Gedanken, die keiner gesprochenen Sprache wie Lateinisch oder Griechisch entspreche, sondern eine eigene Sprache sei. Die mentalen Wörter seien die Wörter im eigentlichsten Sinne. Die lautsprachlichen Wörter der Sprachen wie Griechisch und Latein seien bloß Zeichen dieser inneren Sprache. Mit dieser Idee einer Sprache der Gedanken ist Augustinus ein Vorläufer von ganz modernen Konzeptionen geworden, die den menschlichen Geist als Computer betrachten, der mit einer Symbolsprache, ähnlich einer Programmiersprache, operiert, nur dass sie niemand entwickelt hat, sondern sie natürlich entstanden ist. Eine innere Sprache ist auch eine Sprache der Gedanken, eine Language of Thought. Die scholastische Philosophie des Mittelalters, da bewegen wir uns vor allem im Zeitraum vom 11. bis zum 14. Jahrhundert, zeichnet sich durch eine bestimmte Art der deduktiven Beweisführung aus. Dabei ist Aristoteles die große Autorität und Bezugsfigur, was Logik, Grammatik und Metaphysik angeht. In Bezug auf zeichentheoretische Relationen ist ein Großteil der scholastischen Philosophie dadurch gezeichnet, dass begriffliche Unterscheidungen, die Aristoteles vorgenommen hatte, eingeebnet wurden. Kurz zur Erinnerung. Bei Aristoteles symbolisierte das geschriebene Wort Weisheit das gesprochene Wort Weisheit. Das gesprochene Wort Weisheit war Anzeichen für einen mentalen Begriff von Weisheit und mentale Begriffe waren Abbilder der Dinge und Sachverhalte in der Wirklichkeit. Dabei sind vier Elemente im Spiel, die über drei Beziehungen wie Perlen auf einer Kette miteinander verbunden sind. Und im Altgriechischen hat Aristoteles für diese drei Beziehungen drei verschiedene Ausdrücke benutzt, die ich eben mit Symbol, Anzeichen und Abbild übersetzt habe. Ohne das jetzt ausführen zu können, können wir davon ausgehen, dass Aristoteles auch drei verschiedene Arten von Beziehungen damit gemeint hat. Der frühmittelalterliche Philosoph Boetius war dann der erste, der die zwei Beziehungen zwischen geschriebenem und gesprochenem Wort und zwischen gesprochenem Wort und mentalem Begriff in einer Übersetzung von Aristoteles mit ein und demselben Ausdruck Notar, also Zeichen, bezeichnet hat. In der Scholastik hat man dann diese zwei Beziehungen und zusätzlich noch die Beziehung zwischen dem Begriff oder Konzept und den Dingen in der Wirklichkeit mit einem einzigen Ausdruck bezeichnet, Signum, Zeichen. Alle Beziehungen zwischen den vier Elementen der sogenannten Signifikation waren damit Beziehungen des Zeichenseins und die Unterscheidungen von Aristoteles gänzlich eingeebnet. In vielen anderen Fragen haben die Scholastiker sehr feine begriffliche Differenzierungen eingeführt, die weit über Aristoteles hinausgingen. Einige davon waren das Ergebnis des sogenannten Universalienstreits. Eine der heißesten Diskussionen der Philosophie überhaupt, nämlich die Frage, wofür das gesprochene Wort eigentlich Zeichen sei, wurde nämlich in der Scholastik heiß diskutiert. Die äußeren Pole der möglichen Antworten waren der Begriff oder das Ding in der Wirklichkeit. Diese Frage scheint nicht besonders schwerwiegend zu sein und man könnte sich fragen, wie man Jahrhunderte darüber streiten kann. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass es hier in erster Linie nicht um Wörter wie Desinfektionsmittel, Mehl oder Toilettenpapier geht, sondern um solche wie Zahl, Mensch oder Gerechtigkeit, dann deutet sich vielleicht die Tragweite an. Wenn wir uns in der Welt bewegen, begegnen uns ja nicht Menschen, sondern uns begegnen Sabine, Herr Meier oder Klein Ole. Uns begegnet nicht die Gerechtigkeit, sondern uns begegnen bestimmte Taten, die wir gerecht finden. Und uns begegnen nicht Zahlen, sondern die drei Fragezeichen oder elf Freunde, die dauernd auf den Rasen rotzen. Die Frage, ob Wörter Zeichen für Begriffe oder Dinge sind, ist also auch diejenige danach, ob Mensch, Zahl, Gerechtigkeit überhaupt als Begriffe existieren oder nur Wörter sind. Existieren sie nur in Form der wahrnehmbaren sprachlichen Ausdrücke oder haben sie eine Realität unabhängig von den Wörtern. Der Streit über diese Fragen heißt Universalienstreit. Die erste Position, der zufolge Allgemeinbegriffe nur Namen, also Wörter sind, nennt man Universaliennominalismus und die zweite, der zufolge die Allgemeinbegriffe eine eigene Existenz haben, nennt man Universalienrealismus. Die beiden Positionen bilden nur die Extreme, die in diesem Streit vertreten wurden und werden. Das Spektrum der Positionen, die es in diesem Streit gibt, war schon in der scholastischen Philosophie sehr breit und dieses Spektrum ist gewissermaßen strukturgebend für die ganze Philosophiegeschichte und auch heutige philosophische, sprachphilosophische und semantische Positionen, die sind unmittelbar Stellungnahmen im Universalienstreit. Wofür man sich hier nämlich entscheidet, hat auch Auswirkungen darauf, ob man an eine objektive Realität glaubt, was für einen Wahrheitsbegriff man hat, ob man an universelle Werte glaubt und ähnlich weitreichend ist. Große Neuerer in der Semantik waren unter anderem Petrus Abelardus, Anselm von Canterbury und die sogenannten Modisten mit ihrer sogenannten spekulativen Grammatik. Petrus Abelardus hat zum Beispiel schon eine komplexe Satzsemantik für sein Mittellatein entwickelt, die nach dem Kompositionalitätsprinzip funktioniert. In Bezug auf das, was der Satz bezeichnet, sagt Abelard, dass es zweierlei sei. Auf der einen Seite das, was der Satz aussagt, zum Beispiel im Falle von Susi isst gern süße Sahne, dass Susi gern süße Sahne isst. Es handelt sich dabei um ein Sachverhalt, der durch Komposition von Gedankenteilen gedanklich erfasst wird. Der ausgesagte Sachverhalt ist aber etwas anderes als der Gedanke selbst und hat laut Abelard auch andere Eigenschaften. Er hat die gleiche Existenzform wie das Semainomenon der Stoiker, er ist nämlich im vollen Sinne nichts. Zum anderen bezeichnet der Satz ein Verständnis des Sachverhalts, den der Satz ausdrückt. Das ist dann also wirklich eine mentale, eine Verstandestätigkeit. Anselm von Canterbury hat beispielsweise dazwischen unterschieden, ob ein Ausdruck einen Begriffsinhalt oder den Begriffsumfang, Intention oder Extension bezeichnet und das abhängig von der Wortart und der Art des Sprachgebrauchs gemacht. Der Ausdruck Weiß bezeichnet von sich aus nur einen Begriffsinhalt, eine Eigenschaft, hat aber keinen bestimmten Begriffsumfang. Aber im alltäglichen Sprachgebrauch kann unter bestimmten Umständen und wenn klar ist, dass es beispielsweise um weiße Pferde geht, Weiß auch so verstanden werden, dass Pferde unter den Begriffsumfang von Weiß fallen. Anders als bei einem Ausdruck wie Mensch, der von sich selbst aus schon einen bestimmten Begriffsumfang hat. Thomas von Erfurt war ein Vertreter der sogenannten Modisten, einer sprachtheoretischen Schule innerhalb der scholastischen Philosophie und vielleicht ihr sprachtheoretischer Höhepunkt. Thomas von Erfurt hat ein Traktat zu den Bezeichnungsmodi hinterlassen, auch spekulative Grammatik genannt. Dahinter steht der Versuch, die verschiedenen Arten, nach denen etwas sprachlich bezeichnet werden kann, aus den verschiedenen Weisen zu erklären, wie das menschliche Verstehen die Wirklichkeit auffassen kann. Oder nochmal anders gesagt, wenn wir Aussagen über etwas sprachlich ausdrücken und wie wir das tun, vor allem hängt damit zusammen, in welcher Weise wir dieses Etwas als Phänomen der Wirklichkeit auffassen. Dabei gibt es verschiedene Auffassungsweisen, die aber für alle Menschen die gleichen sind. Die Wirklichkeit ist ebenfalls für alle Menschen die gleichen. Die gleiche und die sprachlichen Arten, Aussagen zu machen, sind auch zwischen allen Sprachen die gleichen. Das heißt, die Grammatiken aller Sprachen sind gleich. Es gibt also eine Universalgrammatik, nur ihre Lautgestalten unterscheiden sich. Ob wir das Adjektiv weiß verwenden oder das abstrakte Nomen die Weiße, hängt davon ab, wie wir das bezeichnete Phänomen der Wirklichkeit gedanklich auffassen, als etwas, das über etwas anderes ausgesagt wird, weiß, oder als selbstständig seiendes, die Weiße. Die Seinsweisen sind universell, die Auffassungsweisen auch, die grammatischen Mittel ihrer Bezeichnungen ebenfalls. Mit diesen Korrespondenzverhältnissen hängt auch die ziemlich moderne Wortartenlehre der Modisten zusammen, die ja Auffassungsweisen der Wirklichkeit wieder zu spiegeln hatten. Das soll es für heute gewesen sein. Es gibt noch eine andere Podcast-Folge, in der ich die Frage beantworte, was man von der frühen Neuzeit bis zur Aufklärung über sprachliche Bedeutung gedacht hat. Und damit sage ich für heute Danke und Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.